Hallo und willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Diese Videoreihe richtet sich vor allem an Studenten, die Physikalische Chemie in einem einsemestrigen Kurs in einem Umfang von etwa zwei Semesterwochenstunden hören. Die Videos dieser Reihe decken die wichtigsten praxisrelevanten Themen der Physikalischen Chemie ab, Verhalten der Gase, chemische Thermodynamik, Phasengleichgewichte, Reaktionskinetik und Elektrochemie. Während des Semesters wird immer samstags ein neues Video dieser Reihe veröffentlicht. Insgesamt wird es zwölf Videos geben. Die Videos sind bewusst kurz und knapp gehalten, so dass Sie als Einstimmung auf die Vorlesung oder als Vorbereitung für die Klausur dienen können. Der Stoff wird in den Videos ziemlich schnell abgehandelt, aber Sie können das Video ja jederzeit anhalten und nochmal anschauen. Zudem sind alle Videos komplett untertitelt, so dass Sie den Stoff auch nochmal nachlesen oder gegebenenfalls übersetzen können. Der Inhalt der Videos ist sozusagen eine Kurzfassung der Studienhefte zur Physikalischen Chemie. Sie können den Stoff aber auch in jedem guten Lehrbuch der Chemie finden. Zu jedem der zwölf physikalisch-chemischen Themengebiete sind weiterhin Livestreams geplant, in denen Übungsaufgaben interaktiv gelöst werden sollen. Für Anregungen, Fragen und konstruktive Kritik können Sie gerne die Kommentarfunktion der Videos verwenden. In diesem Sinne möchte ich alle an der Physikalischen Chemie Interessierten zur Videoreihe einladen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und du hast ja auch einen Moment. Ich kann es einen Moment. Deine Wagen. Dasein. Die Dasein. Untertitelung. BR 2018